Musik In einem Dorf geht ein Pastor spazieren und er kommt an einem Bauerngarten vorbei und er bleibt stehen und freut sich so richtig an der Pracht von diesem Bauerngarten. Überall blüht es, es wächst, es ist alles picobello, es sieht super aus und er freut sich an diesen Blumenpracht und den Blüten und dann sieht er, wie der Bauer dort im Garten arbeitet und er ruft ihn herbei und unterhält sich mit ihm über all diese Schönheit und dann sagt er zu dem Bauern, ach, das ist doch wirklich Gottes Garten. Und der Bauer reibt sich das Kinn und sagt, ja, schon, aber Herr Pastor, wissen Sie, wie es aussehen würde, wenn es nur Gottes Garten wäre? Und da ist eine tiefe geistliche Wahrheit drin. Weißt du, Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt, um ihn zu bebauen, um ihn zu pflegen. Und nach dem Sündenfall hat er ihn auf die Erde gesetzt, um auf der Erde die Erde zu bebauen. Und wir haben das zu tun. Gott gibt das Wachstum. Gott gibt die Umstände, die das Wachstum hervorbringen, dieses Geheimnis, dass etwas wächst. Er gibt Sonne, Regen, die ganze Versorgung. Er schenkt dieses Hervorkommen. Aber damit ist nicht alles getan. Wir haben auch etwas zu tun. Wir haben das Ganze zu pflegen. Wir haben das Ganze in Ordnung zu halten. Ich sage mal, wir müssen das Unkraut ausreißen. Wir müssen das beschneiden. Wir haben das wirklich in Ordnung zu halten. Das ist Arbeit. Und das betrifft den Garten deines Lebens. Weißt du, Gott bringt Dinge hervor. Aber wir sind verantwortlich dafür, dass wir, wie soll ich mal sagen, das Ganze in Ordnung halten. Dass wir uns darum kümmern, dass es gut wachsen kann. Dass wir das Unkraut rausreißen. Gott reißt nicht das Unkraut für dich heraus in deinem Leben. Das musst du tun. Gott schenkt Wachstum. Er will die Segnung, die er dir gibt, hervorbringen lassen. Er will sich hervorkommen lassen. Aber du kannst dich nicht einfach hinsetzen, sagen, ja, dann lass mal wachsen, lass mal kommen. Der Herr wird schon Segen geben, du bist alles prima. Nein, dann wird dein Garten nichts anderes als eine undurchdringliche Wildnis sein mit Dornen und Disteln und Unkraut. Du bist verantwortlich, Dinge in Schuss zu halten. Damit das, was Gott an Segen, an Schönheit, an Wachstum, an Frucht, wirklich gut hervorkommen kann. Und das ist im Grunde genommen die Message von dieser kleinen Geschichte. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, Gott macht alles. Natürlich schenkt er das Eigentliche. Aber wir sind verantwortlich für den Garten unseres Lebens. Für den Garten, den der Herr in unserem Leben hervorbringen will. Reiß das Unkraut raus. Kümmere dich darum, dass die Dinge in der rechtlichen Form bleiben, dass sie beschnitten werden. Und sieh zu, dass das, was Gott wirklich schenken will, nicht überwuchert wird von den Dingen, die so alle eben da mit so aufwachsen wollen. Sondern kümmere dich um den Garten deines Lebens. Denn der Herr möchte, dass das, was er in dich hineingepflanzt hat, zur Fülle und zum Wachstum kommt. Und das heißt nicht, dass du dich zurücklehnen kannst. Sondern das heißt, dass du durchaus beschäftigt bist, Verantwortung hast und dich darum kümmern musst. Und wenn du das tust, wirst du merken, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!